Hallo und Willkommen zu einer neuen Runde Sky Giants mit einer frohen Kunde. Wir müssen heute in Reimen sprechen, ohne uns dabei die Zunge zu brechen. Mit dabei sind Michelle und Denise. Ich baue gerade was ab und es ist kein Kies. Also wir reden heute in Reime, denn wir haben viele Keime. Ich glaube wir reden heute sehr wenig, denn ich bin noch ledig. Ich gehe jetzt in die Mitte und habe eine Bitte, ich brauche noch mehr Dia-Rüstung, aber ich kann sie nirgends finden, Pferdedung. Was? Das hat dich nur gereift. Ich wollte gerade sagen, wenn du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Mitte, dann wollte ich sagen, und vergiss auch nicht deine Mitte. Alles klar. Nun gehen wir ab in die Mitte und schlachten ihn mit meiner... Puck, 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 Puck. Ja gut. Alles klar. Wir lachen mehr, als dass wir in Reimen sprechen, es scheint, als würden wir uns das Zwerchfels zerbrechen. Ja. Oh Mann. Ich bin gestorben und das verschiebe ich mich auch morgen. Ich versuche den Rosa Giants zu töten und die versuchen mir einen Kolben anzulöten. Jetzt haben sie mich getötet. Ähm, das ist, äh, das lief ja wie gelötet. Nicht. Ja, ich bin gerade bei Blau und ich gebe ihn aufs Maul. Hau. Denn ich hau ihn aufs Maul. Keine Ahnung. Ja, wir sind die besten Dichter, würde ich sagen. Vielleicht. Wir sind die besten Dichter, zum Glück auch keine Richter, ähm, denn ich kenne mich nicht mit Gesetzen aus, da heißt es bei mir Ausgiem aus. Das muss ja auch Sinn machen, ähm, sonst muss ich zu viel lachen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich darauf reimen soll, also gehe ich jetzt zum Zoll. Und das finde ich toll. Oh mein Gott. Ja. Das ist sowas von schlecht. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Denn du bist... Wer ist der Team? Und denn ich bin so bestimmt. Du, wer ist der Team? So, ich bin jetzt in der Mitte und schlage dieses... Teil hier in der Mitte. Ich bin doch wieder. Aber du bist in der Mitte. Okay, ich bin jetzt in dem Mittelpunkt und haue ihn mit Stunk. Oh mein Gott, ey. Das blaue Team ist ja bereits tot, ich wollte gerade da hingehen, ähm, ich wohne in Herdern und nicht in Lehen. Das sind beides Stadtteile von Freiburg. Ähm, fuck, was rennt sich auf Freiburg? Freiburg. Ja, genau. Ähm, das wollte ich sagen, ähm, ich kann nicht klagen. Denn ich gehe gerade, ähm, zur goldenen Base, ähm... Und da kann man mich haben. So in etwa. Ja, gut. Gut, ich bin jetzt bei Magenta und schenke ihnen ein Fenster. Ich glaube, ich habe alle noch weg. Wie kreis die sind, ähm, solche Rotzbengel. Wie sollte man mal quengeln? Diese Bengel. Ja, ich schenke den Magenta Leuten gerade ein Fenster und hoffe, es geht ihnen dann besser. Passt das? Ich hoffe. Natürlich. So ungefähr. Ich bin gerade gestorben, ohne einen Orden. Das macht aber nichts. Ich bin schon auf meinem Weg zu Magenta, denen ich ein Ei vor die Füße leg. Gut, bei uns schreien gerade ein paar Kinder draußen rum. Denn die sind ziemlich dumm. Denn die wissen nicht, dass wir aufnehmen. Also... Sonst müssen sie auch mal benehmen. Genau. Die Reime sind auf jeden Fall krass am Start. So wie Mario Bart. So wie Mario Bart. So wie Mario Bart. Wieso kann ich nicht schlagen? Keine Ahnung. Das ist doch wirklich was zum... Verzagen. Haben. Oh nein! Ich bin gefallen. Was ist nur geschehen? Ich weiß es nicht. Allen. Wie geht es denn denn in 10? Gut, wir haben gewonnen. Und sie haben... Lecker lecker Chicken Dinner. Winner. Wir sind die Winner Chicken Dinner. Ja! So. Nächste Runde. Und... Ich hätte gerne Hunde. Keine Ahnung. Hätte ich aber wirklich gerne. Ich wohne nicht in Herne. Gut. Lacht keiner drüber? Okay. Ich mache jetzt noch ein Dierschwert. Und dann gehe ich zu meinem Bärt. Das ist ein Bärt hätte ich gesagt. Was? Ich habe mich gerade sehr erschreckt. Da war ein Creeper und hat mich fast gereckt. Ich gehe in die Mitte. Elektro-Tippe. Kommt doch bitte mit. Bitte, bitte. Elektro-Tippe. Kommt doch bitte mit. Bitte, bitte. So. Bitte, bitte Brigitte. Ach nein, ich bin runtergeflogen und das war jetzt wirklich nicht gelogen. Im Jump'n'Run bin ich ziemlich kacke. Ähm, da hilft auch keine PvP-Jacke. Genau. Ne, Public ist nicht am Start. Ich gehe- Den hat einen Bart. Keinen Bart. Den er auch mal lange hart. I don't know. Ist das schlecht das- Ja, ab und zu enthart. So musst du so stellen. Dann nimmst du Eben. Was, Jemann? Ich bin gerade bei Blau und wollte gerade mit denen und spiel gerade mit denen Mamao. Die Grünen haben noch 50 Prozent, drum gib mir doch einen Moment. Einen Cent. Ja gut, ich bin gerade runtergefallen, ich gebe dem Blauen einen Gefallen. Ich gebe den Blauen gerade aufs Maul, deswegen mache ich jetzt gleich einen DM Haul, ja es muss sich ja schon irgendwie reiben, deswegen muss ich das anders aussprechen. Ich versuche wieder nach Blau zu gehen, denn meinen Wert lasse ich nicht stehen. Was willst du nicht stehen? Mein Wert. Ich werde jetzt verbrennen, aber das ist mir egal, denn ich bin... Kann schnell rennen. Kann schnell, nicht mehr schnell rennen, denn ich bin tot. Oh Gott, das ist mein Tod. Ich habe den Blauen umgebracht. Kann den Zombie gar nicht boxen? Oder ist das unserer? Nein, das ist nicht unserer. Nein, das ist nicht unserer. Jetzt ist das unserer, denn unserer ist... Du musst ein bisschen auf sein Glied schauen und ihn darauf hauen. Ich konnte gerade nicht springen, denn... Jetzt gibt es Schläge auf die Eichel. Da waren Klingeln. Ich habe gesagt, ich konnte gerade nicht springen, denn da waren gerade Klingeln. Alles klar. Es gibt nur noch ein Blauer. Und das ist... Lasst uns ein... Ne. Und er hat nur noch eine Mauer. Genau. Und das macht mich ziemlich sauer. Ich mag es nicht, wenn Gegner lieben. Ähm... Das bringt mich dazu, Gewichte zu hieven. Hieven. Das bringt mich dazu, Schnodder zu schniefen. Alles klar. Team Blau ist nun vernichtet. Ja, der hat verlassen. Also lasst uns mal... Ähm... Äh... Keine Ahnung. Ich bin bei Grün. Und... Gib mir Mühen, diese Farbe zu vernichten. Ist das ein Name? Ich weiß es nicht. Hildegrün. Nun tötet sie doch, diese blöden Wicht. Mit meinem fetten Gewicht kriege ich sie auch schon. Dann gehe ich mal zu Team Magenta, ähm... und schenke ihnen ein Fenster. Das reimt sich irgendwie. Halt bitte Fenster. Es reimt sich ja, also... Den hauen wir jetzt auf die Fresse. Ohne... viel... Denn danach gehen wir auf die Messe. Denn das ist in meinem Interesse. Genau. Danach gehen wir auf die Messe. Ich bin gestorben. Und da... Und ich war auch nicht der Torben. Oder wir machen einfach... Bei uns ist ein Magenta... Denn das wird... Er wollte kein Fenster. Dann... Später werden wir dann... Verkla... Ich habe den Magenta-Typen getötet. Und habe ihn dazu... zugelötet. Hier ist wieder ein Magenta. Ich werde ihn wieder angreifen. Unser... Äh... Teil ist gleich tot. Ich hoffe... Ihr geht nach... der Farbe... Rot. Denn er ist ganz adrett. Er ist tot. Ich habe kein Essen. Habt ihr Essen? Wäre ganz nett. Dann könnte ich wieder... Mich vollfressen. Einer ist wieder bei uns. Und ich... Ich bin wieder gefallen. Ich hasse Jump'n'Run. Kann die nicht mal bitte jemand... Äh... Zerschallen? Ich bin tot. Ich bin da. Unser... Unser Teil wird jetzt gleich sterben. Nein, der Typ ist tot. Ich hoffe, er fällt in Scherben. Und Denise schafft es auch ohne mich. Ohne Zweck. Oder auch nicht. Ohne... Denise... Denise hat kein Gewicht, um diesen Typen hier zu stemmen. Deshalb habe ich ihn jetzt... Eine... Verpendeln. Eine Ahnung. Da ist schon wieder einer? Ja. Hand euch mal Beiner. Äh... Den müssen wir jetzt recken, bevor er uns... Hab ihn. Komm. Wir haben noch 10%. Ihr müsst gehen. Das ist der nächste. Mit Bogen. Ich kann nicht gehen. Ich brenne, denn das ist halt... So wie... Er ist tot. Komm, ihr beide lauft durch. Ich bleib hier. Ja, wir haben verloren. Würde ich jetzt mal... Nee, wir rennen jetzt einfach da rein. Denn sonst endet dieser Reim. Er ist tot. Mit seinem scheiß Jod. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Das ist ein Wassereimer. Dieser blöde Wicht. Tötet sie. Lass ihn da drin. Geht einfach. Geht einfach zu deren Base. Er hatte eh nur ein Herz. Das war mein größter Schmerz. Ich versuche noch ein paar Pfeile zu bekommen. Sonst bin ich nicht wohlgesonnen. Ich greife ihren Giant an. Bin aber gleich tot. Oh Mann, oh Mann. Das macht gar nichts aus. Hauptsache wir geben ihn aufs... Hauptsache wir geben ihn wie Klaus. Ich kann ihn abschießen von hier aus. Das ist ja mal richtig geil. Wer macht das denn? Das wäre... Und jetzt schieße ich noch höher, umso steiler, umso geiler. Ich habe dir noch ein paar Pfeile hingelegt, wenn du ein Stück zurückläufst. Ähm. Die sind auch nicht verseucht. Sie haben nur noch 11 Prozent. Ich hoffe, sie haben gleich keinen Cent. Denn ich hoffe, dass die verpeilt sind. Oh Gott, ich bin in die Lava gelaufen. Sie sind gleich tot. Sie haben nur noch 2 Prozent. Und wir haben gewonnen. Oh mein Gott. So zerronnen auch gewonnen. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie ging euch nicht aufs Euge. Euglein. Ich habe keine Ahnung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall sehr gelacht. Wenn's euch gefallen hat, dann... Gebt uns einen Daumen nach oben, denn dann werden wir euch loben. Genau das. Was die gesagt hat... Dann ist der kleine Finger oben, wird man euch loben. Ja, schaut bei Simon vorbei. Da gibt es auch ein Ei. Einerlei. Da gibt es sogar mehrere Eis. Ja. Er ist in der Beschreibung. Ähm... Da gibt es auch für euch schon eine kleine Abreibung. Was? Ähm... Das war das Dümmste, was wir je gemacht haben. Ähm... Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, euch an unserem Live zu laben. Und habt auch das Video gesehen in Farben. Alles klar. Ja. Okay. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Und hooo. Oh Mann. Bis dann.